Einundvierzig Orientierung Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Where is the Tourist Information Office? Haben Sie einen Stadtplan für mich? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? Can one reserve a room here? Wo ist die Altstadt? Where is the Old City? Wo ist der Dom? Where is the Cathedral? Where is the Museum? Where is the Museum? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Where can one buy stamps? Where can one buy stamps? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Where can one buy flowers? Where can one buy flowers? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Where can one buy tickets? Where can one buy tickets? Wo ist der Hafen? Where is the Harbour? Where is the Harbour? Wo ist der Markt? Where is the Market? Wo ist das Schloss? Where is the Castle? Wann beginnt die Führung? When does the tour begin? Wann endet die Führung? Wann endet die Führung? When does the tour end? When does the tour end? Wie lange dauert die Führung? How long is the tour? How long is the tour? Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht. I would like a guide who speaks German. I would like a guide who speaks German. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht. I would like a guide who speaks Italian. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht. I would like a guide who speaks French. 42 42 42 Stadtbesichtigung City tour City tour Ist der Markt sonntags geöffnet? Is the market open on Sundays? Is the market open on Sundays? Is the fair open on Mondays? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? Hat der Zoo mittwochs geöffnet? Hat das Museum donnerstags geöffnet? Hat die Galerie freitags geöffnet? Darf man fotografieren? Muss man Eintritt bezahlen? Wie viel kostet der Eintritt? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Was für ein Gebäude ist das? Wie alt ist das Gebäude? Wie alt ist das Gebäude? Wer hat das Gebäude gebaut? Wer hat das Gebäude gebaut? Ich interessiere mich für Architektur. Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Malerei. 43 43 43 43 43 43 im Zoo at the Zoo at the Zoo at the Zoo Dort ist der Zoo. Dort sind die Giraffen. Wo sind die Bären? Wo sind die Elefanten? Wo sind die Schlangen? Wo sind die Löwen? Ich habe einen Fotoapparat. Ich habe auch eine Filmkamera. Wo ist eine Batterie? Wo sind die Pinguine? Wo sind die Kängurus? Wo sind die Nashörner? Wo ist eine Toilette? Dort ist ein Kaffee. Dort ist ein Kaffee. Dort ist ein Restaurant. Wo sind die Kamele? Wo sind die Gorillas und die Zebras? Wo sind die Tiger und die Krokodile? Wo sind die Tiger und die Krokodile? Wo sind die Tiger und die Krokodile? 50 Sprachen 44 44 Abends ausgehen Going out in the evening Gibt es hier eine Diskothek? Is there a disco here? Gibt es hier einen Nachtclub? Is there a nightclub here? Is there a nightclub here? Gibt es hier eine Kneipe? Gibt es hier eine Kneipe? Gibt es hier eine Kneipe? Is there a pub here? Was gibt es heute Abend im Theater? Was gibt es heute Abend im Theater? What's playing at the theatre this evening? Was gibt es heute Abend im Kino? Was gibt es heute Abend im Fernsehen? Was gibt es heute Abend im Fernsehen? What's on TV this evening? Gibt es noch Karten fürs Theater? Gibt es noch Karten fürs Kino? Gibt es noch Karten für das Fußballspiel? Ich möchte ganz hinten sitzen. Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen. Ich möchte ganz vorn sitzen. Können Sie mir etwas empfehlen? Wann beginnt die Vorstellung? Können Sie mir eine Karte besorgen? Ist hier in der Nähe ein Golfplatz? Ist hier in der Nähe ein Tennisplatz? Ist hier in der Nähe ein Hallenbad? Ist hier in der Nähe ein Indoor-Swimming-Pool nearby? 45 Im Kino Wir wollen ins Kino. Heute läuft ein guter Film. A good film is playing today. Der Film ist ganz neu. Wo ist die Kasse? Wo ist die Kasse? Gibt es noch freie Plätze? Was kosten die Eintrittskarten? How much are the admission tickets? How much are the admission tickets? Wann beginnt die Vorstellung? When does the show begin? When does the show begin? Wie lange dauert der Film? How long is the film? How long is the film? Kann man Karten reservieren? I want to sit at the back. I want to sit at the back. I want to sit at the front. I want to sit at the front. Ich möchte in der Mitte sitzen. I want to sit in the middle. Der Film war spannend. The film was exciting. The film was exciting. Der Film war nicht langweilig. The film was not boring. Aber das Buch zum Film war besser. But the book on which the film was based was better. But the book on which the film was based was better. Wie war die Musik? How was the music? Wie waren die Schauspieler? Gab es Untertitel in englischer Sprache? Were there English subtitles? Were there English subtitles? 46 46 46 In der Diskothek In the Diskothek In the Diskothek In the Diskothek In the Diskothek Is dieser Platz hier frei? Is this seat taken? Is this seat taken? Darf ich mich zu Ihnen setzen? May I sit with you? May I sit with you? Gern Sure 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 Wie finden Sie die Musik? How do you like the music? How do you like the music? Ein bisschen zu laut A little too loud A little too loud Aber die Band spielt ganz gut But the band plays very well But the band plays very well Sind Sie öfter hier? Do you come here often? Do you come here often? Nein Nein Das ist das erste Mal No This is the first time No This is the first time Ich war noch nie hier I've never been here before I've never been here before Tanzen Sie? Would you like to dance? Would you like to dance? Später vielleicht Maybe later Maybe later Ich kann nicht so gut tanzen I can't dance very well I can't dance very well Das ist ganz einfach It's very easy It's very easy Ich zeige es Ihnen I'll show you I'll show you Nein Lieber ein anderes Mal No Maybe Some other time No Maybe Some other time Warten Sie auf jemand? Are you waiting for someone? Are you waiting for someone? Ja Auf meinen Freund Yes For my boyfriend Yes For my boyfriend Da hinten kommt er ja There he is There he is 47 47 Reisevorbereitungen Preparing a trip Preparing a trip Du musst unseren Koffer packen You have to pack our suitcase You have to pack our suitcase Du darfst nichts vergessen Don't forget anything Don't forget anything Du brauchst einen großen Koffer You need a big suitcase You need a big suitcase Vergiss nicht den Reisepass Don't forget your passport Don't forget your passport Vergiss nicht das Flugticket Don't forget your ticket Don't forget your ticket Vergiss nicht die Reiseschecks Don't forget your traveler's checks Don't forget your traveler's checks Nimm Sonnencreme mit Take some suntan lotion with you Take some suntan lotion with you Nimm die Sonnenbrille mit Take the sunglasses with you Take the sunglasses with you Nimm den Sonnenhut mit Take the sun hat with you Take the sun hat with you Willst du eine Straßenkarte mitnehmen Do you want to take a road map Do you want to take a road map Willst du einen Reiseführer mitnehmen Do you want to take a travel guide Do you want to take a travel guide Willst du einen Regenschirm mitnehmen Do you want to take an umbrella Do you want to take an umbrella Denk an die Hosen die Hemden die Socken Remember to take pants shirts and socks Remember to take pants shirts and socks Denk an die Krawatten die Gürtel die Sakkos Remember to take ties belts and sports jackets Remember to take ties belts and sports jackets Denk an die Schlafanzüge die Nachthemden und die T-Shirts Remember to take pajamas nightgowns and T-Shirts Remember to take pajamas nightgowns and T-Shirts Du brauchst Schuhe Sandalen und Stiefel You need shoes Sandals and boots You need shoes Sandals and boots Du brauchst Taschentücher Seife und eine Nagelschere Du brauchst einen Kamm eine Zahnbürste und Zahnpasta You need a comb a toothbrush and toothpaste You need a comb a toothbrush and toothpaste 48 48 48 Urlaubsaktivitäten Vacation activities Holiday activities Ist der Strand sauber? Is the beach clean? Is the beach clean? Kann man dort baden? Can one swim there? Can one swim there? Ist es nicht gefährlich dort zu baden? Isn't it dangerous to swim there? Isn't it dangerous to swim there? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen? Can one rent a sun umbrella here? Can one rent a sun umbrella here? Kann man hier einen Liegestuhl leihen? Can one rent a deck chair here? Can one rent a deck chair here? Kann man hier ein Boot leihen? Can one rent a boat here? Can one rent a boat here? Ich würde gern surfen. I would like to surf. I would like to surf. Ich würde gern tauchen. I would like to dive. I would like to dive. Ich würde gern Wasserski fahren. I would like to water ski. I would like to water ski. Kann man ein Surfbrett mieten? Can one rent a surfboat? Can one rent a surfboard? Kann man eine Taucherausrüstung mieten? Can one rent diving equipment? Can one rent diving equipment? Kann man Wasserskier mieten? Can one rent water skis? Can one rent water skis? Ich bin erst Anfänger. I'm only a beginner. I'm only a beginner. Ich bin mittelgut. I'm moderately good. I'm moderately good. Ich kenne mich damit schon aus. I'm pretty good at it. I'm pretty good at it. Wo ist der Skilift? Where is the skilift? Where is the skilift? Hast du den Skier dabei? Do you have skis? Hast du den Skischuhe dabei? Do you have ski boots? Do you have ski boots? 49 49 Sport Sports Sports Sport Treibst du Sport? Do you exercise? Do you exercise? Ja, ich muss mich bewegen. Yes, I need some exercise. Yes, I need some exercise. Ich gehe in einen Sportverein. I'm a member of a sports club. I am a member of a sports club. I We play football. We play soccer. We play football. Manchmal schwimmen wir. We swim sometimes. We swim sometimes. oder fahren Rad. Or we cycle. Or we cycle. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion. There is a soccer stadium in our city. There is a football stadium in our city. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna. Und es gibt einen Golf Platz. Was gibt es im Fernsehen? What is on TV? gerade gibt es ein Fußballspiel. There is a soccer match on now. There is a football match on now. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die Englische. The German team is playing against the English one. The German team is playing against the English one. Wer gewinnt? Who is winning? Ich habe keine Ahnung. I have no idea. I have no idea. Im Moment steht es unentschieden. It is currently a tie. It is currently a tie. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. The referee is from Belgium. Jetzt gibt es einen Elfmeter. Now there is a penalty. Tor 1 zu 0. Goal 1 0. Goal 1 0. 50 50 Im Schwimmbad. In the swimming pool. In the swimming pool. Heute ist es heiß. It is hot today. It is hot today. Gehen wir ins Schwimmbad? Shall we go to the swimming pool? Shall we go to the swimming pool? Hast du Lust schwimmen zu gehen? Do you feel like swimming? Do you feel like swimming? Hast du ein handtuch? Do you have a towel? Do you have a towel? swimming do you have swimming trunks? Do you have swimming trunks? Do you have a bathing suit? Do you have a bathing suit? Kannst du schwimmen? Kannst du tauchen? Kannst du ins Wasser springen? Wo ist die Dusche? Wo ist die Umkleidekabine? Wo ist die Schwimmbrille? Ist das Wasser tief? Ist das Wasser sauber? Ist das Wasser warm? Ist das Wasser warm? Ist das Wasser warm? Ich friere Das Wasser ist zu kalt Ich gehe jetzt aus dem Wasser 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 Und er darfst, wenn es weinigert werden, ich gehe jetzt. Was ist das Wasser warm?